Höflena, das erste Natur- und Wellnesshotel der Steiermark. Natur pur, oben am Berg auf 1117 Metern. Das bietet das Natur- und Wellnesshotel Höflena seinen Gästen in einem durchweg natürlichen Ambiente. Das Angebot des Hotels im Haus im Enztal in der Region Schlappning-Dachstein ist Steiermarkweit einzigartig. Es lädt Gäste draußen in der Natur ebenso wie drinnen im Hotel dazu ein, ein außergewöhnliches Natur- und Wellnessangebot zu erleben. Ihr Tag beginnt in einem unserer Wohlfühlzimmer. Die morgendlichen Sonnenstrahlen in Ihrem Zimmer laden Sie ein für Ihren Wohlfühltag. Frühstücken mit unserem umfangreichen Frühstücksbuffet ist Ihre erste Stärkung des Tages. Genießen Sie Ihre Zweisamkeit auf unserer Sonnenterrasse. Unsere hotelergene Rotwildsucht lädt zum Staunen und Erleben ein. Es sind die fünf N's, auf denen die Philosophie des Natur- und Wellnesshotels aufbaut. Naturerlebnis, Naturwellness, Naturküche, Natürlichkeit und Nachhaltigkeit. Naturerlebnis à la Höflena. Die Lage auf 1117 Metern Seehöhe ist in Kombination mit dem prächtigen Panoramablick auf die Bergwelt des Tachstein-Tauernmassivs die Grundlage des Naturerlebnisses. Die Natur zu spüren, etwa beim Blick aus dem Fenster des Hotelzimmers oder während einer Wanderung, steht ebenso im Vordergrund wie das Bemühen, den Gästen beim sinnlichen Wahrnehmen der Natur behilflich zu sein. Naturwellness à la Höflena. Eng verbunden mit der Region, möglichst auch draußen in der freien Natur anzubieten oder bei Behandlungen regionale Produkte, Öle und Kräuter zu verwenden, ist fixer Bestandteil des Angebots. Die Natur bietet reichlich Entspannung und Romantik, Schönheit und Gesundheit an. Die Höflenas haben der Natur den passenden Rahmen gegeben. Etwa in Form des kristallklaren Wassers im Hallenbad wie im Außenbecken, in der Bergkristall- und der Stadelsauna, inmitten der einzigartigen 3000 Quadratmeter großen Naturwasserwelt mit kuscheligen Ruheplatzsaalen beim Naturteich, sowie den vielen, ganz gezielt ausgewählten Behandlungen im Bergbad und Spa. Naturküche à la Höflena. Natur kann man schmecken. Naturküche heißt im Hause Höflena, wo auch immer möglich, regionale Natur- und Bioprodukte zu verwenden und die Zubereitung ohne Convenience-Produkte. Das Hotel Höflena bietet neben geführten Wandertouren auch für Mountainbiker ein ideales Urlaubsparadies in einer einzigartigen Bergpanoramakulisse. An unserer stylischen Naturbar sorgt unser Barkeeper für ausgefallene Cocktails oder mal ganz romantisch ein Candlelight-Dinner in unserem Weinkeller. Hotel Höflena. So stylisch und gleichzeitig so urig kann Natur sein. Auch im Winter die Top-Adresse in der Steiermark. MICHAEL FRAOF Sorry got aufuger? Ich weiß nicht, warum? Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Wahr INTERNARZY schlecht ist jedes Chat- VERDELING, Ich weiß nicht, warum. demonschäuse habe ich. рублей Interess 45 Michelin. importanteertaravant you score impact.